So I'm the same, yeah, I'm the same, yeah. Ich darfst weg, was ist das? Das ist das Second Mars. Ich fand die Tür gut, aber nee, das geht für mich gerade gar nicht mehr. Jared Leto war ja auch Schauspieler, bevor er überhaupt mit der Musik angefangen hat. Also diese Schubladen, finde ich furchtbar. Darauf wollte ich gerade fragen, weil viele belächeln das ja dann immer, aber man kann ja auch beides machen. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist alles eins. Musik ist meine absolute Leidenschaft. Schauspielen mag ich auch. Aber wie gesagt, nur weil man in einer Sache vorher Recognition bekommen hat, darf man das andere dann nicht machen. Das ist ehrlich gesagt nur Deutschland. Generell ist es für mich aber auch so, mein Beruf ist weder Schauspielerin noch irgendwie nur Musikerin, sondern es ist Jedi. Es ist die einzige Berufsbezeichnung, die adäquat alles zusammenfasst. Nächster Song. Natürlich, wird er geliebt. Das ist dein Song, Klick, Klick. Ja, es ist schön, wenn man den eigenen Song noch gerne hören kann. Man arbeitet ja oft lange, lange dran. Ja. Aber du kannst ihn anscheinend noch hören. Ja, doch. Immer wenn ich ihn wiederhöre, sage ich, doch. Das Schöne macht gute Laune. Und das sollte er ja auch. Also heute halt einfach einen guten Vibe übertragen, zusammen mit den Lyrics. Dass man zaubern kann. Also Klick, klick sie deine roten Schuhe an. Das Bild kommt halt aus der Zauberer von Oz, wo Dorothy diese roten Schuhe anhat. Und immer wenn sie mit den Hacken klickt, dann kann sie zaubern. Und für mich ist dieses Klick, klick sie deine roten Schuhe an, heißt halt, dass wir zaubern können. Also die Kraft ist in uns. Und weil ich dich so sehr mag und gerne in deine Richtung lenk. Kennst du vielleicht? Sportfreunde Stilla. Geschenk heißt der. Das ist schön, ja. Hatte ihr gefallen? Die Lyrics sind toll. Sag ich mal, ja. Ach da. Gut. Die Sportfreunde Stilla gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Und die haben damals als Studenten angefangen und haben auch viele blöde Studentenjobs nebenher gemacht. Was war so dein blödster Job, den du so machen musstest? Ich habe schon mit 13, 14 Flyer ausgetragen, Briefe frankiert und zugeklebt. Das ist wirklich der ödeste Job. Und dann, also mit 18, durfte ich dann in meinem Lieblingsclub in Berlin, also in dem coolsten Club der Stadt, habe ich dann eine Stelle als Barkeeperin bekommen. Das war halt so ein Ritterschlag. Das war schon cool, ja. Das war so der glamouröseste Job der Welt damals für mich. Und das, ja, das war, das war toll. Nächster Song. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gezielt haben. Ja, schön. Sido? Magst du? Hast du den schon getroffen? Das ist Sido? Das ist Sido, ja. Das ist lustig. Ist ja ein wirklich guter Song. Nee, der ist ja voll nett, der Song. Der hat ja auch die Schule abgebrochen, so wie du auch. Schau. Aber ich glaube, er hatte auch jetzt nicht so besonders tolle Noten. Aber du hast ihn abgebrochen, obwohl du wirklich gute Noten hattest. Warum? Ja, ich hatte die ganzen zwölf Jahre eigentlich nur Einsen und immer so ein paar Zweien, aber irgendwie nicht mal eine Drei oder so. Ich war schon wirklich sehr gut und smart. Und dann hast du es abgebrochen. Warum? Ich bin mit 16 ein Jahr ins Ausland gegangen, bin dann zurückgekommen und hatte dann halt mit 17, 18 so einen ziemlichen Coming-of-Age-Crash, wo ich mich in eine lebensbedrohliche Krankheit rein manövriert habe, die auch selbst verschuldet war. Und es ging halt so weit, dass ich so ein Nahtoderlebnis hatte. Und das war dann aber am Ende eben mein Geschenk, weil ich in dem Moment einfach kristallklar am Scheideweg stand, leben oder nicht, und gesehen habe, nein, ich will doch leben. Und das Leben ist ein Geschenk, mein Geschenk und damit aber auch meine Verantwortung. Und ja, die habe ich dann übernommen und habe einfach danach, konnte ich keinen Moment Lebenszeit mehr verschwenden. Ich war halt so, na, ich will jetzt sehen, was das Leben überhaupt wirklich ist. Es erleben, nicht nur aus Büchern lernen. Wer weiß dann, ob das wahr ist. Etwas gewöhnungsbedürftig vielleicht? Vielleicht kennst du es ja noch, vielleicht aber auch nicht. Nee, aber ja, ich sage jetzt erstmal, war gut. Ich sage es erstmal, ja, war gut. War auch ein Soundtrack, und zwar zu Inglorious Basterds. Ah, okay, schön. Wo du auch mitgespielt hast. Ja, Mini. Ja, Mini, Mini, aber ich habe noch nicht mal Mini, Mini mitgespielt. Zumindest ist das schon mal ziemlich gut. Aber es ist natürlich für mich jetzt als Schauspielerin, ist es jetzt, da habe ich jetzt nichts gemacht, wo ich drauf jetzt stolz wäre. Das war schon eine Ehre, oder, von Tarantino? Ja, und wir sind auch, also wir sind ja auch, also er ist zum Beispiel großer Fan meiner Musik immer gewesen. Also er hat auch Spitting of Two Buildings auf Vinyl am Start und hat halt so meine kleinen Cover-Songs, die ich jetzt, die ich die ganzen Jahre überall in der Welt aufgenommen habe, hat er also immer mal gehört zwischendurch und ist davon großer Fan. Also die kommen jetzt auch erst so über das nächste Jahr raus, immer mit den Videos, die ich um die ganze Welt gedreht habe. Das Ding! Das Ding! Ich rieche Україne von 3